so und damit hallo und herzlich willkommen wieder oder was heißt wieder willkommen zu lucky race bei minecraft ich bin mal wieder minecraft ja ihr habt richtig gehört was heißt wieder einige sind ja neu beim channel dabei die haben noch nie minecraft auf meinem channel gesehen das hatte einiges einige hintergründe und zwar hatte ich mal einen alten kanal auch unter dem namen zeiter vielleicht kennt ihr den noch weil einige auch von dem channel noch kommen da hatte ich auch mal lucky race gespielt einige wissen dass ich richtig lucky race gesuchtet habe und daher jetzt mittlerweile in den platz 106 eingenommen hat auch man jetzt öffne diese scheiße einfach und werftet nicht so und zwar habe ich schon seit zwei monaten nicht mehr gespielt da war ich irgendwie in der top 80 oder top 90 oder so ich hatte vor zwei aufnahmen eine war gut eine war eher mittel gut weil da teamer in den runden waren die kann ich aber leider nicht nehmen denn ich war so ein deb und habt ihr eine vlf datei aufgenommen hi oma na willkommen eine aufnahme nein ich bin eine aufnahme oma ach komm schon jedenfalls war meine oma begrüßt sie natürlich gut gelaufen und jedenfalls hatte ich zwei teamer in der runde das war so dass ja die in teams verboten geteamt habe die werden dann nachher gebannt sein weil ich kontakte zu dem mods und so hab und ja also ich sag mal so ne das ist schon ein bisschen dumm für die gelaufen vor allem die haben jetzt so richtig richtig offensichtlich gemacht und ich suche mir gleich mal die namen raus denn ich hab mir jetzt ein vlf player äh flv so rum äh player gedownloaded damit ich mir die datei angucken kann überhaupt weil das geht ja nicht per premiere pro det unterstützt ja so ne dateien und sowas alles nicht und dann hab ich mir so ein player gedownloaded mal gucken dann sag ich den die namen nachher durch dann haben sie pech gehabt das passiert halt damit wenn ich mal in der runde bin so perfekt mit ihr blog perfekt und die dann nach die runde also die die hier vorkamen die waren sich auch nicht schlecht aber auch halt fflfl flv ja doch mann ich krieg die namen nicht und damit hier danke die waren sich nicht schlecht aber war auch nicht besonders gut war er so mittelmäßig da habe ich mich bloß aufgeregt dass ich keine dir brust hatte habe aber am ende richtig knapp gewonnen gehabt das war wirklich cool an sich eigentlich aber nur eigentlich ist er weg Also für die habe ich schon mal ich bräuchte bloß an die erschwert habe ich auch gehe also da bin ich voll die ok so gut man jetzt springen ab man springen ab komm schon Perfekt ja ich bin gerade relativ schlecht dabei weil ich gerade erzähle und falls mir nicht glaubt dass ich platz 106 oder so ne 102 sogar what the fuck nach einer runde vier nach vorne krass man na seht ihr mal hab schon fast 2000 kill zwei stück hin noch das wird wird 2000er äh kill special yay haha so geil ey das lohnt sich das sogar dreimal aufzunehmen und die denn zu nehmen geil dann habe ich endlich ein special mann ich will nix im grund warum ich mein kopf aufnehmen alter also ich sag mal so das macht wirklich an sich spaß aber so für aufnahmen mag ich es nicht so oder da bin ich wirklich ging ich sag mal wirklich jetzt ohne scheiße bin ich ein leicht anderer mensch also der charakter bleibt gleich aber ich denke mir so ja du musst irgendwie anders kommentieren als du die ganze zeit redest also so leicht sagen wir es so weil ich bin nicht so ein mensch der wirklich die ganze zeit so ich würde nicht die ganze zeit so reden oder so oder ich würde gar nicht so reden ich würde einfach nur so ganz normal so wie ich jetzt rede normal reden aber ich will euch ja auch ein bisschen unterhalten und ich mach's auch und deswegen verstelle ich meine stimme ich mir macht spaß hier sollt ihr auch ein bisschen unterhaltung dran finden nicht dass ich nur die ganze zeit so eintönig umherlabern dann muss ja sein und schöne schöne brust noch mal bekommen habe ich aber leider schon hier tiefer nach man ich kann ja doch welche kraft und damit hier schnell so schnell dia block in diamanten verwandeln so so und so so das raus das rein so das anziehen das raus das rein so perfekt so perfekt 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 auch jetzt werf ich schon wieder meine weg waren weg war genauso wie letzte mal mega geil hier habe ich gerade wirklich wenig fbs war und wo dran liegt es sollte mal auch man jetzt greift er mich damit an ey komm schon dann kriege ich trotzdem man Stern ich muss schnell weg irgendwie ey wo dran liegt es man Hilfe weil ich google chrome geöffnet habe zufällig lass mich mal ach man lasst mir doch mal in ruhe hallo ach komm schon ey lol 29 fps wtf man Sichtweil da runter passt so denn perfekt läuft da wieder man ey das war ja richtig miserabel gerade gelaufen das war die schlechteste aufgabe bisher wenn ich jetzt so zwei keine zwei kills hinbekommen das wäre ein bisschen lächerlich ne so den haben wir den kriegen wir auch noch so du bist mein zweitausendstag kill mein freund hallo hey mein freund danke komm her den kriegen wir auch noch sofern nicht der von hinten ankommt team die team die etwa ne ok den haben wir jetzt kommt der auch noch ran komm her mein freund hallo nicht wegrennen sehr gut äh lucky potion lucky potion eine reinziehen passt so ich verstehe aber gerade echt nicht wartet mal ich mach mal das kleiner passt das jetzt ja jetzt habe ich natürlich mehr fps warum nicht ey das ist so unlogisch wenn man mal ein programm größer macht das ist dann direkt lag ey ich verstehe das nicht man wieso hab ich bin ein idiot ich liebe mich ich liebe mich ich liebe mich haben wir jetzt 2000 kills ja ne ach nicht da wurde ich ja noch haben wir 2000 kills haben wir haben wir beste aufnahme EU beste ich spreche einfach die runde ab ich liebe es 2002 kills ne 2,6 akade ich bin so ein depp ne so ein depp man ich bin so ein idiot ach man ich ich verstehe es nicht wie konnte ich denn wie konnte ich darauf kommen ey meine güte ey ist ja schlimm na gut dann war es das halt mit der runde oder warte mal wir hängen jetzt noch eine runde dran wie lange geht denn die aufnahme wie lange geht die aufnahme mit der her geht sie minuten ja ok dann hängen wir noch eine runde dran gut wir sehen uns gleich wieder willkommen dann halt zur zweiten runde dann mach mal direkt zwei weil ich so ein idiot war ich verstehe immer noch nicht wie ich das geschafft habe ich bin manchmal so ein trottel nicht nur manchmal immer eigentlich und ja manchmal den ersten im ersten lucky block warum nicht soll ich euch ein secret zeigen ne ich könnte ja selber herausfinden wo das ist falls ihr jetzt noch nicht wisst habe ich euch eigentlich schon erzählt warum jetzt in minecraft mal kommt oder ja ob ich überhaupt schon mal über minecraft geredet hab ich hab keine ahnung man ob es in der letzten aufnahme war ob es in der aufnahme war keine ahnung man auf jeden fall mach ich das nicht mehr ich spreche es nochmal ganz kurz an ich mache es ganz kurz auf dem altkanal hatte ich lucky race gebracht ich bin ja hab ja einen alten pvp kanal von minecraft gehabt hatte ich 1600 abonnenten habe ich aufgegeben für GTA und jetzt GTA und jetzt habe ich einfach mal lust kurz mal lucky race aufzunehmen weil ich einfach mal wieder pvp spielen wollte und auch mich mal aufrappeln konnte minecraft aufzunehmen weil ich an sich kein minecraft aufnehmen will weil es einfach doof ist zum aufnehmen finde ich jetzt persönlich ich weiß nicht wie ihr das seht aber ich mag minecraft nicht aufzunehmen weil da ist das eher wirklich so richtig glücksbasierend ob du gute ist equipt kriegst oder nicht und das ist wirklich richtige abfuck das braucht nicht sein wenn sollte man bei wie bei GTA alter junge bist du behindertskelett man jetzt ohne scheiß alter ey jetzt bin ich schon wieder hier ne man ich bin so verdammt schlecht gerade schoxig ah schoxig den kenne ich der ist gut das glaube ich der 6 hier oder so oder warte mal slash statt ja statt ähm vierter sogar krass den kenne ich mit dem habe ich auch schon öfters geredet man perfekt Nikita hat das spiel verlassen hallo Nikita geht ne parallelklasse von mir ich wusste gar nicht das zu minecraft spiel jetzt man ähm bauen wir hier nochmal ein paar lucky blöcke ab und gehen wir weiter mal gucken ob wir ihn noch einholen ok ne das wird schon nicht mehr das wird echt nicht mehr man ey ich krieg's nicht hin ey ja ja ach komm geh bitte weg danke 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 mein Freund sehr großzügig von dir ich mach gleich mal einen anderen Shader rein der springt sich nämlich mit dem äh mit dem Glas hier bescheiden schön mit dem Shader warte mal ich mach mal den anderen rein vielleicht sieht man da das Glas besser ja sieht man auf jeden Fall nein ich bin ey was mach ich denn ey wegen Aufnahme verkack ich hier wieder also das war wirklich richtig assi wie die beiden Teamer da obwohl ich die einmal wirklich weggeschnitzelt hab ja und schreiben ja nicht mal was hier ich hab bloß geschrieben ja viel spaß mit dem Baden wie so ein Schaf habe ich denn hinterher gemacht und wir nehmen das hier spät in die Hand perfekt und ja hier auf diesem Raumschiff ist ein secret versteckt du musst doch bloß mal bitte bitte was schockseck hat das hier erreicht ich hab nichts man schockseck hast du nichts anderes zu tun als lucky race zu zocken man schnell schnell ich will noch lucky blocker bauen vielleicht ist ja was gute drin komm 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 bitte ja diaboots wenigsten Hose Goldhose nee die Hose nice ha schön gutes Equip nice Gladiator Schwertner reinnehmen und Explosionsständer perfekt Hallo Freund na was geht dein Goldapfel hilft dir nicht viel mein Freund der ist tot ähm gucken wir mal wo der nächste ist da ist schockseck den greife ich direkt an perfekt der kriegt jetzt zwei healing aber egal der kriegt mich locker Goldapfel rein Explosionsstern ich bringe mich selber weg ja nee ist klar und er rennt weg ja war klar man der ist einfach so ein richtiger lau alter komm gib mir den kill ich will Regeneration haben danke ach man ich bringe mich selber weg meine Güte ich bin so ein Idiot ich Angel da kommt schockseck an oder ne da kommt ein brennender typ an bitteschön alter jetzt kommt der ja jetzt hat er Regeneration und ist voll ja jetzt kommt er von hinten ohne an der andere nice läuft ja komm den kriege ich alter jetzt kriegt er den ohne man ey schockseck du doofe Kuh du man ey ich kann ihn aber besser kommen gerade aber trotzdem hat Regeneration ja und mir kribbelt die Nase das macht das auch nicht besser ach Gott ey da kommt der nächste direkt an der hat eine Feuerblume den kriegen wir ey wenn ich den nicht kriege ne damit nicht echt ein Low alter Junge Mann wieso hätte ich den nicht Junge willst mich oh ich könnte mich bei sowas richtig aufregen ey ja Junge jetzt packe ich auch noch zurück ja GG den den Noob kriege ich ja auch nicht alter ey Was war das für eine Runde man ich hasse es weiß die beiden anderen Runden zuvor oh ja richtig geil und die ach man ich hab keine gute Runde bekommen falls ihr noch eine gute Runde sehen wollt dann lasst ein Like da wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder falls euch Minecraft gefällt lasst auch gerne mal ein Like da falls ihr Minecraft sehen wollt und so wir sehen uns dann bis dann tschüss Tschüss.